Musik Musik Hier zu studieren macht super viel Spaß. Ich will studieren und in meiner Freizeit was erleben. Ein Semester in Hamburg, ein Semester in München, ein Semester in Köln. Der Fresenius Campus ist in jeder Stadt da, wo das Leben pulsiert. Fresenius bildet und der Standort begeistert. Studieren in Hamburg, direkt am Alsterufer, mehr geht nicht. Dass es nicht nur darum geht, dass wir den Kopf trainieren. Die Dozenten sind sehr aufmerksam, versuchen ihn individuell zu fördern. Ob ich von einem Ort zum nächsten Ort gehe, ich bleibe in der Gemeinschaft, der bei Fresenius studieren wird. Ich bin zum Studieren nach Hamburg gekommen und habe sofort neue Freunde gefunden. Wir sehen unseren Erfolg in zwei Ebenen. Damit effizient und zielstrebig gelernt werden kann, stellt uns die Hochschule Fresenius die modernste Ausstattung zur Verfügung. Der erste Erfolg ist der Erfolg der Studierenden mit ihren Abschlüssen. Die besondere Stärke der Hochschule Fresenius ist, dass wir uns intensiv damit beschäftigen, einerseits was natürlich Studierende wünschen. Der zweite Erfolg ist der Erfolg der Studierenden in ihrer beruflichen Karriere. Aber auf der anderen Seite, was viel entscheidender ist, ob das, was Studiengangstechnisch angeboten werden kann, zu einer Arbeitsmarktbefähigung führt. Die Hochschule Fresenius bietet mir nicht nur theoretisches Wissen, sondern hilft mir auch bei der Suche nach Praktikumsplätzen. Durch die Hochschule Fresenius erhielt ich die Möglichkeit, hier bei Vodafone meine Bachelor-Thesis zu schreiben. Premium-Kooperationen zu Hochschulen sind für äußere Wichtigkeit für unser Unternehmen hier Vodafone in Düsseldorf. Und hier pflegen wir eine hervorragende Kooperation zur Hochschule Fresenius nach Köln. Zurzeit bin ich bei Vodafone im Bereich Enterprise Marketing für die Geschäftskunden und habe hier die Möglichkeit, mein gelerntes Wissen auch in der Tat umzusetzen. Studenten haben die Möglichkeit, hier mehr als nur den klassischen Ausbildungsberuf fortzuführen. Lehrinhalte werden vermittelt, aber auch das selbstständige Arbeiten wird hier forciert. Ich studiere an der Business School, weil es mir später viele Möglichkeiten bietet, in den Wirtschaftsbereichen und Industriebereichen zu arbeiten. Sehr gerne arbeite ich mit der Hochschule Fresenius zusammen. Insbesondere macht mir Spaß der Austausch mit den jungen und sehr engagierten Studenten, aber auch mit den Dozenten. Die Media School zielt darauf ab, ihre Absolventen fit zu machen für einen Berufseinstieg in einer ganz spezifischen Branche. Durch die kleinen Kursgruppen in der Hochschule Fresenius ist es sehr leicht, einfach Lerngruppen zu bilden. Das heißt, man setzt sich zusammen, hat genügend Räumlichkeiten und Platz, wo man sich hinsetzen kann und zusammen intensiv zu lernen. Die Dozenten halten die Vorlesung sehr verständlich ab, sehr nah am Thema gehalten mit Beispielen. Wir haben eine super gute Internetplattform, die heißt Ilias, auf der können die Dozenten ihre Materialien für uns hochladen. Wir können uns die jederzeit anschauen, jederzeit abrufen. Eine im Akademischen Abschluss gleichgestellte Funktion haben, nämlich eine staatliche Anerkennung. Was ich auch toll finde, ist, dass ich neben meinem Studium an der Hochschule Fresenius in München auch noch tolle Sachen erleben kann mit anderen Studenten, wie zum Beispiel hier die Zeltdachtour. Der besondere Vorteil der Hochschule ist in Bezug auf die verschiedenen Standorte, dass die Studenten wählen können, wo sie studieren. Sie können etwa in Köln beginnen, können dann das Wintersemester in München schiefahrenderweise begleitend zum Studium verbringen und können dann im nächsten Sommersemester zum Segeln und zum Studieren nach Hamburg gehen. Ich plane auch ein Auslandssemester durchzuführen. Die Praxisprojekte in unserem Curriculum folgen dem Prinzip, wie im richtigen Leben. Und das Tolle daran ist, dass man in New York stationiert wäre, direkt in der Innenstadt in Manhattan. Alles ist organisiert, man muss nur den Flug quasi buchen und dann kann man schon loslegen. Und das Wichtigste ist dabei, dass die Qualität und zwar über alle Standorte hinweg gut bleibt. Wir haben einen Hochschulrat, der uns in dieser Hinsicht außerordentlich fordert und fördert. Ob an der Business School, der Media School oder der Psychology School, bei uns findet jeder das passende Studienangebot. Taucht ein in die moderne Medienwelt der Media School. Lernt Verstehen, was andere denken in der Psychology School. Und entdeckt die Vielfalt der Geschäftswelt in der Business School. Hochschule Fresenius. Bildung, die prägt. Hochschule Fresenius. Bildung, die prägt. 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 Bildung, die prägt.